Auch nicht. Dann können wir die Skorpionschlüssel ja eigentlich mal ablegen jetzt hier, ne? Die brauchen wir auch gar nicht mehr im Inventar. Die haben wir auch schon aufgemacht. Ich glaube, da waren noch mehr so eine Türen, oder? Achso. Aber ich habe keinen Platz mehr. Ich muss irgendwas ablegen. Guck mal grad. Hier, die Kiste können wir jetzt mal aufknacken mit dem Dietrich. Oder wollen wir nicht? Welche Kiste denn? Die auf dem Tisch steht. Bist du schon wieder zurück? Ich bin jetzt da gar nicht. Nee, nee. In dem Raum nach dem Elch, wenn wir da nach vorne gehen, da ist noch ein Tisch auf der... Ähm, ne Kiste auf dem Tisch. Guck ich mal einfach. Wo du bist. Ich muss hier durch so ne Räume laufen grad. Und jetzt ist hier ne weiße Tür. Und da ist er bestimmt voll schwarz wieder. Hier ist ein Fernseher. Ja, ich dachte, du bist hier in dem Raum, wo die Waffe ist mit dem Elch. Nö. Jetzt mach ich die Kiste auf mit dem Dietrich. Genau. Munition. Doch. Flinten-Munition. Wir haben immer noch nicht die Flinte, ey. Guck mal, ich hab nen Platz dazugekommen, oder ne? Ne. Das ist einfach. Achso, der Dietrich ist weg. Deswegen. Ja, genau. Was ist denn hier beim Elch? Ich hab sogar hier noch diese Schatzkarte, ey. Das ist neben so'n Herd oder so, der Schatz. Voll krass. Wenn du das auch mal hättest. Voll mysteriös. Wäre voll cool, wenn wir das finden. Das ist so'n... So'n Eingang. Der geht so nach unten. So. Das ist neben so'n Herd oder neben der Spülmaschine oder so. Sieht man daneben so'n ganz kleines Stück. Ach, hier! Ne, ich hab's, glaub ich. Ja! Was denn? Was hast du gemacht? Ne, warte mal, nochmal. Ne, warte. Ich muss nochmal kurz angucken, das Bild. Bist du im Elch-Raum? Im Elch-Raum bist du? Ja, Alter, hier ist der Schatz. Im Elch-Raum? Genau. Da, wo der Kamin ist. Genau, hier kann man aufdrücken. Krass. Na, wollte ich ja eigentlich gucken. Ich hab Steroide gefunden. Wo kann man draufdrücken, hier? Da rechts neben dem Kamin oben. An dem Stein. Kannst du aufmachen. Siehst du das so? Rechts oben am Kamin? Genau, ich hab mich geduckt. Da ist nix bei mir. Bestimmt, weil ich die Karte nicht hab. Ach so. Meinst du? Was kam denn da raus? Das ist Steroide. Aber die zeigen eigentlich, dass hier der... das ist. Der Schatz. Ach, das auch, oder was? Nee. Ich guck mal, was Steroide sein soll. Stärkt die Muskelkraft enorm und erhöht die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Was? Wie? Kann ich das jetzt einfach benutzen, oder was? Ja, dann hast du das die ganze Zeit wohl. So, Optik. Hä? Das ist ja voll Optik dann. Genau. Ich benutze es jetzt. Genau, warum denn nicht? Mann, ich spritze das nicht so Steroide. Yeah. Bin ich voll stark. Maximale Gesundheit erhöht. Ja, genau. Das macht man einfach so. Um sich zu upgraden. Du musst es auch finden. Das ist so ein Schatz. Krass, aber wo hast du denn diese Kiste gefunden, da? Wovon gehen wir denn jetzt? Hä? Hallo? Ich laufe jetzt wieder zurück. Ich bin jetzt da, wo die Skorpion-Tür ist. Ich laufe jetzt da wieder zur Treppe, wo die Treppe runterführt. Jetzt gehe ich die Treppe runter. Ja. Ich jetzt auch. Jetzt durch den Türrahmen. Rechts konnte man nicht lang, ne? Wir kamen von rechts hier. Geradeaus. Lass mal nochmal da reingehen, oder? Hier rechts. Ja. Guck, hier ist doch der Raum. Guck doch nochmal nach der Schatzkarte. Wo war die denn? Guck doch einfach mal. Überall, so wie man so guckt halt. Findest du schon. Weiß auch nicht mehr genau. Irgendwo hier drinnen im Waschbecken oder am Kühlschrank. Einfach am Fleisch, am Tisch. Ich war hier überall eigentlich schon am Gucken. Geil, dass ich maximale Gesundheit erhöht habe. Fühle ich mich jetzt irgendwie voll stark. Ah, Schatzfoto, hier. Ja, genau. Jetzt einfach zurück, ne? Da oben. Genau, und jetzt zurück da zu dem Kamin. Da müsstest du es jetzt auch finden. Guck, voll Optik. Das Foto muss ich dir mal angucken. Ich habe es ja dann erkannt, dass es da der Kamin ist. Und da neben die Schublade so die Kommode. Ist doch halt cool, dass das gemacht ist. Dahinter steht auch so, ich habe was für dich versteckt. Findest, wenn du kannst. Oder so. Krass. Was hat Optik ist das? Dann bleibe ich jetzt hier im Raum und warte oder was? Und jetzt ist es da unten am Kamin, oder? Bist du hier hinten die Tür schon weitergegangen? Ich bin jetzt hier am Kamin wieder. Guck, jetzt kann ich das erst drücken. Geil, Steroide. Dann nehme ich die jetzt mal. Genau. Ja, Mann. Voll in den Arm gespritzt. Maximale Gesundheit erhöht. Komm wieder hierher, dann laufen wir hinten mal weiter, wo das ganze Fleisch ist. Da ist doch noch eine Tür. Ich gehe wieder hier zurück. Gehe durch das Schwarze. Hä, wo bin ich denn jetzt lang gelaufen? Skorpion-Tür bin ich. Jetzt gehe ich die Treppe runter. Genau. Dann rechts. Genau. Jetzt kommst du mir hier so entgegen. Jetzt bin ich hier, wo... Wo das Fleisch... Wo der Fleischbrocken ist. Genau, dann gehen wir da hinten mal in den Raum weiter. Warst du da auch schon? Hast du das schon aufgemacht und da alles rausgenommen? Hier rechts? Genau, in den kleinen Raum hier noch. Hier in dem Raum, wo das Fleisch ist, meinst du? Genau, da geht es doch hinten noch weiter. Ja, da bin ich noch nicht reingegangen. Genau, geh doch mal da rein. Da kann man doch auch was aufmachen. So. Und dann ist da eine Tür. Genau. Da geht es jetzt runter. Hast du die Tür aufgemacht? Ja. So schnell? Ja, wieso denn nicht? Ja, genau. Ich dachte, du warst hier schon. Nee, ich hatte Angst, die aufzumachen. Ach so. Hast du ja so schnell gemacht. Ich dachte, du bist doch schon am warten. Das ist Segen. Nee. Genau, jetzt lauf ich hier runter. Ich guck jetzt hier um die Ecke. Da ist nix. Ist hier was im Karton drinne? Vielleicht mal gegenstechen. Da ist doch Muni da auf dem Karton drauf. Nee, hier rechts. Ja, links gibt es da Muni. Aber ich meine, ich bin ja noch bei dem ersten Ding. Ach so. Nee, ist nix. Da sind wir Tabletten. Psychotikum. Auf dem Karton drauf? Ja. Nee, bei mir war Flinden, Muni. Ach nee, doch hier. Ach so, da. Genau. Jetzt müssen wir die Tür aufmachen. Guck, da brauchen wir wieder Skorpionsschlüssel. Nee, passt nicht. Wo ist dieser Schlüssel? Einen anderen brauchen wir da. Da brauchen wir ja hier so einen Wurzelschlüssel. Schlangenschlüssel. Ja, ja, sowas. Ich habe Schlangenschlüssel. Guck mal, vor Optik die Nägel da drinne. Hörst du das da drinne? Da ist ein Wackelkopf drinne, ne? Ja, Mann. Ach, hier unten ist der Wackelkopf. Nee, der ist hier unten, genau. Ich komme gar nicht ran. Ach so, ich muss mich ducken. Genau. Ja, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück in die Richtung, wo du meintest, da sind sieben Stück. Boah, krass. Ja, Mann. Ich laufe jetzt hin. Ich bin jetzt im Fleischraum. Jetzt in dem anderen Raum. Warte, hier ist irgendwas. Hier ist ein Schrank mit Chemikalien noch in diesem schwarzen Raum. Ach so, ja, genau. Das habe ich doch gesagt. Da ist noch ein Schrank. Ach so. Wo gehst du jetzt lang? Hier zurück wieder. Wo ist denn zurück bei dir? Ach so, wo die Gitter hier sind, ne? Ja, genau. Jetzt gucke ich hier so rein. In den Raum, wo wir rechts rein müssen. Bist du vor... Ich bin vor Workshop. Geht der auf? Lass mal... Waren wir da schon? Geht nicht auf. Ach so. Genau, dann müssen wir jetzt hier links in den... In den weißen Raum, ne? Ich habe aufgemacht. Was denn? Wo ist denn hier was? Welcher weiße Raum denn überhaupt? Weiße Tür. Ach so, da waren wir noch nie drin, ne? Ich habe aufgemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist eine Leiche. Der kommt bestimmt. Genau, ja. Da hast du ja gar keinen Bock drauf, dass er sich jetzt hier bewegt. Was sind das? Guck mal, da sind Ofen hier und so. Ja, da verbrennen die Menschen. Warte, ich... Guck mal hier... Der ist offen. Der ist offen. Da ist aber nichts drin. Guck mal hier unter dem Waschbecken. Da unten, da sind Sachen. Und hier sind auch... Erstmal alles einsammeln. Jetzt gehe ich zu den Ofen. Verschlossen. Bestimmt, wenn ich da hinten angekommen bin, dann steht da hinter mir und packt mich. Lara! Kommt hier rein wohl. Was machst du gerade? Oh, was ist... Oh, Alter! Alter! War, der kommt dann, war? Oh, ja, 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 ja. Alter! Krass! Nicht, nicht die Leiche, ne? Nee. Ich dachte jetzt, die Leiche kommt da so. Hast du alle aufgemacht? Nee. Guck mal, unter der Leiche ist sowas. Na, die Kumpel stürmen, wenn man dann dahin geht. Nee, ich hab was genommen jetzt unter der Leiche. Na, Schießpulver. Mach jetzt einfach die Dinger hier alle auf. Da guck ich, ich hab eh jetzt gleich was. Tamara steht da. Ich hab alle aufgemacht. Ja, genau, außer, hier, der eine ging nicht auf, ne? Verschlossen. Ja, der erste. Okay. Wollen wir die Toten mal hier ruhen lassen, ne? Gibt's hier nix mehr? Na, ich seh hier nix. Siehst du irgendwas? Da liegt halt noch ne Leiche auf dem Boden. Wo sonst? Sicher nix. Ich geh jetzt hier raus aus dem Raum. Genau, ich auch. Ich bin bei der Lampe. Guck jetzt links hier so rein. Nee, da waren wir doch schon. Von hier sind wir doch gekommen. Nee, von rechts sind wir gekommen. Von der grünen Tür sind wir doch gerade gekommen. Ja, wir müssen jetzt, da wo das Gitter ist, rechts und dann links. Wo das Gitter ist, rechts. Da wo die sieben bei dir waren, wo du meintest. Achso, stimmt, ja, genau. Genau, ich sauf jetzt hier durch, die kleine Treppe runter. Jetzt bin ich an der Badewanne. Was kommt doch hier wieder, ne? Ich sauf jetzt hier die anderen Treppen hoch. Da sind sie mal wieder. Jetzt sauf ich hier rein. Jetzt ist hier so ein oranger Qualm. Was ist denn hier los? Hier war ich noch nicht. Warst du hier schon? Warte, ich muss die Maschine töten. Warte, sind zwei. Achso, bei mir sind... Ja, bei mir sind die alle tot. Hier kommt jetzt irgendwas. Ja, schon was. Da kommt er. Alter, habe ich mich erschrocken, wieder so in die Ecke kommen. Ich habe den mit dem Messer getötet. Zwei Stück. Ja, noch mehr. Alter, die haben mich gekillt. Ich habe Trophäe bekommen, weil ich bestimmt, weil ich die mit dem Messer getötet habe. Alter, die haben mich gekillt. Mir kamen zwei Stück von beiden Seiten, Alter. Was geht denn hier ab? Warte, ich gehe noch mal kurz zurück und speichere noch mal ab. Dann muss ich die nicht noch mal töten. Krass. 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 Ich muss jetzt erstmal abspeichern. Hey, Tür zu! Das war's für heute.